PDF-Element 11 für Windows ist endlich da. PDF-Element hat schon in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, wie gut KI mit PDF zusammen funktioniert. Und PDF-Element 11 bringt jetzt noch richtig viele nützliche neue Funktionen für die PDF-Bearbeitung in PDF-Element. Welche ich davon besonders nützlich finde und wie ihr davon am meisten profitiert, das erfahrt ihr jetzt hier auf dem offiziellen PDF-Element YouTube-Kanal. Auf geht's nach dem Intro. Hey, ich bin Fils und heute erkunden wir zusammen die neuen KI-Funktionen in PDF-Element. Wenn du künftig nichts mehr über PDF-Element verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall mal unseren Kanal, dort halten wir dich stets auf dem Laufenden. Aber jetzt erstmal, auf geht's. PDF-Element setzt schon seit längerer Zeit auf KI, um die Arbeit mit PDFs besser und effizienter zu machen. Daher hier ein kurzer Überblick über die Funktionen, die bereits vorhanden sind und natürlich auch nach dem großen Update weiterhin vorhanden bleiben. Das ist einmal die Auswahl von Inhalten in Dokumenten nach Ausschnitten oder Seiten, die Analyse, ob Inhalte von KI generiert wurden, die Umwandlung von PDF-Inhalten in HTML-Format, Neuformulierung von Inhalten in vereinfachter Form, Übersetzung in mehreren Sprachen, Erklärung technischer Fachbegriffe, Korrekturlesen von Absätzen, Zusammenfassen von Inhalten und der direkte Dialog mit dem KI-Assistenten Lumi. Darauf hat sich das Entwicklerteam von PDF-Element jetzt allerdings ganz und gar nicht ausgeruht, sondern in den letzten Monaten echt nochmal reingebuttert und einiges nachgelegt. Die drei Funktionen, auf die ich mich heute besonders fokussieren möchte, sind einerseits KI-Wissenskarten, andererseits der Chat mit mehreren PDFs und wiederum die Generierung von Powerpoint-Präsentationen aus PDF-Data. Also verdienen wir keine Zeit mehr. Bis dato konnten wir schon mit PDFs chatten, also Lumi nach Informationen aus einem spezifischen PDF-Dokument fragen. Das ging aber immer nur mit einem PDF-Dokument. Jetzt ist es möglich, mit bis zu fünf Dokumenten parallel zu chatten. Das bedeutet, ihr könnt alle eure Informationen, die ihr für die kommende Hausarbeit braucht und aus Wikipedia, PDFs, Büchern etc. importiert habt, einfach in PDF-Element reinschmeißen, PDF-Element eure Fragen stellen und aus den Dokumenten werden dann die Informationen herausgesucht, die ihr braucht. Der große Vorteil gegenüber klassischen und anderen KI-Modellen ist, dass ihr die KI somit auf eure eigenen spezifischen Inhalte trainieren könnt. Ihr fragt also nicht eine gigantische KI, die irgendwas zusammenfuscht und sich daraus einen Inhalt strukturiert, sondern ihr fragt wirklich spezifisch nach dem Inhalt aus euren PDFs. Auf diese Weise bekommt ihr fundierte und garantierte richtige Informationen, weil sie eben aus euren eigenen Quellen stammen. Außerdem spart ihr euch so den Schritt, jedes Dokument einzeln zusammenfassen zu müssen, einzelne Notizen erstellen zu müssen und diese dann mühsam zusammenfassen zu müssen. So bekommt ihr alles auf einmal direkt automatisiert ausgegeben. Nicht nur für Studenten, sondern für wirklich eine Vielzahl von Nutzern, in meinen Augen sehr, sehr interessant und das sollten wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Dazu öffnet ihr eines der Dokumente, aus denen ihr Informationen extrahieren möchtet, mit PDF-Element. Nutzt dann das KI-Sidebar-Feature und wählt den Modus Chat mit PDF. Fügt jetzt die restlichen PDFs zur Konversation hinzu und schon könnt ihr eben mit bis zu fünf PDFs parallel chatten. Eben erwähnt war es das aber noch nicht, sondern ihr könnt jetzt aus den PDFs sogar PowerPoint-Präsentationen erstellen. Dazu klickt ihr auf den neuen PPT-Generieren-Button und könnt jetzt aus den Informationen in eurer PDF eine PowerPoint erstellen. Nehmen wir zum Beispiel an, ihr müsst für die Schule einen Vortrag über den Regenwald in Brasilien halten und habt mal die Wikipedia-Seite als PDF heruntergeladen. Diese PDF könnt ihr jetzt mit PDF-Element öffnen und automatisch eine hochwertige und aus den Informationen eurer PDF gefütterte PowerPoint erstellen lassen. Ihr seid also nicht darauf angewiesen, dass irgendeine KI irgendwas macht, sondern es wird wirklich genau das gemacht, was ihr an Informationen reingegeben habt. Das unterstützt mit vielen Grafiken, hätte mir damals in der Schule sehr, sehr viel Zeit beim Erstellen von PowerPoints gespart. Wenn euch das Video bis hierhin schon gefallen und geholfen hat, dann abonniert gerne mal unseren Kanal, denn das Beste ist, ihr könnt PDF-Element kostenlos über den Link in der Videobeschreibung ausprobieren. Also Kanal abonnieren, Glock aktivieren und dann PDF-Element herunterladen. Weiter geht's. Abschließend möchte ich euch noch auf die KI-Wissenskarten hinweisen. Vielleicht kennt ihr den Luhmannschen Zettelkasten. Das sind gigantische Kästen mit kleinen Zetteln drin, wo ganz viele Informationen aufgeschrieben sind. Kennt ihr vielleicht selbst aus eurem Alltag, man liest irgendwo etwas, denkt, ah, das ist ja ganz spannend, müsst ihr mir merken, nimmt man sich einen kleinen Zettel und schreibt das auf. Wenn man das jetzt systematisch über Jahrzehnte hinweg macht, dann entwickelt sich natürlich ein gigantischer Zettelkasten. Das Schöne mit KI ist, dass man das auch digital und automatisiert machen kann. So eben auch mit Lumi in PDF-Element. Wenn ihr jetzt also ein Dokument lest, dann könnt ihr Wissenskarten erstellen, die den Inhalt zusammenfassen, wichtige Links und Informationen bündeln und auf einer solchen Karte abspeichern. Wenn ihr jetzt auf die Information zurückgreifen möchtet, müsst ihr nicht wieder die PDF öffnen, sondern ihr könnt einfach diese Wissenskarte öffnen und baut so über die Zeit eine große Datenbank auf. Die Karten könnt ihr dann auch untereinander verknüpfen und so immer wieder auf auch länger zurückliegende Karten zurückgreifen und diese vielleicht für eine Hausarbeit, für eine Promotion, wofür auch immer, nutzen. Aber wenn ihr dachtet, das war es jetzt schon, das war es immer noch nicht. Denn ein wirklich geniales Feature in PDF-Element ist, dass ihr euch eure eigenen Funktionen zusammenbauen könnt. Ihr könnt die Eingabeaufforderung öffnen und dann in PDF-Element aus den bestehenden Funktionen euch einen eigenen Baukasten oder einen Steckkasten zusammenbauen, mit dem ihr dann eure spezifischen Anwendungsfälle bedienen könnt. Nehmen wir zum Beispiel an, mein Prozess zum Erstellen von Notizen aus PDFs ist eben anders, als PDF-Element ihn von Haus aus vorgibt. Dann kann ich mir jetzt mit der Eingabeaufforderung einen eigenen Workflow erstellen und den immer wieder automatisiert abrufen. Super nützlich und damit sind die Anwendungsfälle und vor allem die Anwendbarkeit von PDF-Element nahezu unbegrenzt. Denn man kann jetzt wirklich jeden Workflow, den man sich auch nur irgendwie ausdenken kann, mit PDF-Element abbilden. Und der Vollständigkeit halber sei natürlich noch erwähnt, dass die bisher bestehenden Funktionen natürlich auch nach dem Update weiterhin erhalten bleiben und auch weiterhin verbessert werden. Bedeutet insbesondere, die Grammatik und Textverarbeitung ist nach wie vor besser geworden und liefert jetzt immer menschlichere, immer bessere und richtigere Ergebnisse raus. Also wie eben erwähnt, ladet euch auf jeden Fall mal PDF-Element aus der Videobeschreibung herunter, um diese Features auszuprobieren. Denn erst wenn man sie wirklich ausprobiert, merkt man, wofür man sie eigentlich im Alltag nutzen kann. Habt ihr noch Fragen, Anregungen oder sonstige Wünsche zu PDF-Element, lasst sie uns mal unten in der Videobeschreibung wissen, wir werden schnellstmöglich darauf eingehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert gerne mal unseren Kanal, aktiviert die kleine Glocke daneben und liked dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.